Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video, heute mal etwas späteres Video, ich denke mal sollte es trotzdem passen, ich bin auch leider etwas krank einfach, ich weiß nicht ob man es dort raushören kann. Ich würde sagen schauen wir uns jetzt allerdings den Item Shop an, bevor wir das allerdings tun, wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, es ist kostenlos und verpasst keine Videos mehr in der Zukunft. Und heute haben wir den ersten neuen Weihnachtsskin für 2019 und zwar der Schneekugelkopf, ich denke mal diese Kugeln kennt eigentlich jeder, wo man so rumschütteln kann, wo dann oben Schnee rauskommt, das ist im Prinzip ein Skin mit so einem klassischen Wollpullover, standardmäßig immer zu Weihnachten, auch hinten so eine Christbaumkugel, alles immer passend zum Winter, ich meine heute ist auch 1. Advent, 1. Dezember. Passt dementsprechend. Dann haben wir von gestern noch den Schwefeltyran, die brennende Bestie, die immer noch viel zu laut ist, dann die glühend heiße Kling, dann Dämonika, dann glühende Glyphe als Lackierung als letztes. Dann haben wir heute wieder den Unterdrückerskin drin, in zwei verschiedenen Stilen, einmal blau und einmal im Standardroten Stil, hinten noch so ein Exoskelett, Wirbelsäule, auch in blau und einmal in rot, welches sogar animiert ist, was eigentlich ganz cool ist. Dann noch die Plasmaklinge, hier ebenfalls selbiges, einmal in blau und einmal in rot. Dann noch die Dreieckmusterlackierung, hier allerdings keine blaue Variante. Dann haben wir als nächstes Popsternchen. Dann auf großen Fuße. Als nächstes haben wir noch den Birdie-Skin, ein Golf-Skin, wozu passend heute auch der Golf-Schläger drin ist. Dann haben wir noch die Spiel-Spezialisten aus Season 1 und als letztes ist auch Volksmusikfest. War auch schon relativ lange hier im Shop drin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.